Meine Freunde Barry und Jansel haben mich auf Madeira besucht und zusammen sind wir zu einem Zauberwald gefahren. Doch dieses Abenteuer hatte eine magische Bewendung. Naja, wir haben uns eigentlich nur verlaufen. Doch es sind magische Dinge passiert. Irgendwann, mir ist doch echt kalt hier, ne? Ey, wo seid ihr hin? Dass wir in diesem Gruselwald uns in Minuten schon verloren haben. Ich hab's gefunden. Ich hab einen Zauberstab gefunden. Ah, Leute! No, wir fliegen gleich weg. Es ist so windig. Also schaut das Video bis zum Ende. Lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß. Oh mein Gott, wir sind im Geisterwald. Leute, ihr seht, hier ist alles so neblig. Wir sind wirklich im Geisterwald. Und hier passieren magische Sachen. Passieren hier wirklich magische Sachen? Ja, aber wir dürfen uns bloß nicht aus den Augen verlieren. Wir sind ja nicht zu zweit. Wir sind zu dritt hier. Genau, Barry ist auch da zum Glück. Ey, Lange, wir müssen sich aufpassen. Barry, komm, 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 komm. Ey, Leute, so was hab ich noch nie gesehen. Hier passieren wirklich komische Sachen. Ja, der Barry kann richtig gut laufen. Aber der Barry ist einfach hingefallen. Alles Dreck. Was, Dreck oder ein Kacka? Nee, ist kein Kacka, Jansel. Leute, ihr seht, wie nebelig das hier ist. Also wir müssen alle aneinander bleiben. Sonst verlieren wir uns, okay? Oh, Lamy, ist doch echt kalt hier, ne? Oh, ja. Wieso sind wir denn eigentlich jetzt im magischen Wald? Hä? Keine Ahnung. Mein Gott, Leute, okay. Da müssen wir jetzt alle nebeneinander bleiben, okay? Keine Panik, Leute, alles wird gut. Keine Panik auf der Titanic. Hä? Leute, Lamy, Jansel, wo seid ihr denn jetzt schon wieder her? Barry, wir sind hinter dir. Hallo, Leute. Oh Mann, ey. Leute, so schnell geht das. Hey, bitte. Jansel, kannst du meine Hand halten? Okay, gib mal deine Hand. Oh, besser geht besser. Also, Leute, wir gehen jetzt auf Wandertour. Hier sieht es wirklich, wirklich super cool aus, oder? Habt ihr sowas jemals im echten Leben gesehen? Ich glaube nicht, oder? Okay, Jansel und Barry. Hä? Hallo? Wo seid ihr? Leute, die standen doch gerade noch hier. Ey, wo seid ihr hin? Nein, Leute, ich hab mich jetzt schon verlaufen. Wie kann das sein? Hey, Barry, ich muss kurz aufs Klo, ja? Ich komm gleich, ja? Kein Thema, Rette. Okay, bleib hier neben dem Baum, ja? Ich warte hier genau bei dem Baum. Okay. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, gut, bis gleich, Barry. Ciao. Hey, Leute, es ist so windig. Ich bin alleine. Keiner hilft mir hier. Was soll ich hier machen jetzt? Schaut euch das mal an. Hier ist es richtig kalt. Und ich muss aufs Klo, Leute. Außerdem, ich geh hier gerade so lang. Und dann rutsche ich hier einfach aus. Und jetzt hab ich Kacke am Schuh, Leute. Was soll das? So, Leute, ich bin jetzt wieder von Toilette da. Und wo ist Barry? Und wo ist eigentlich Lamy? Leute, haben die jetzt etwa gerade alle verlaufen? Leute, dieser Wald ist so gruselig. Der ist richtig Horror. Wie soll ich den denn jemals wiederfinden? Alter, schaut euch das mal an. Wie schlimm sieht das denn aus? Und da ist einfach alles weiß. Leute, was passiert, wenn ich da hinlaufe? Vielleicht sind Barry und Lamy da hinten. Was mach ich denn jetzt? Es kann einfach nicht wahr sein, dass wir in diesem Gruselwald uns in Minuten schon verloren haben. Der Barry, der ist auch eigentlich voll der Schisser. Deswegen muss Barry einfach aufpassen, was er hier macht. Nicht, dass Barry irgendwie von irgendwelchen Leuten mitgenommen wird. Oder von irgendwelchen Tieren gefressen wird. Versteht ihr, was ich meine? Leute, seht ihr hier irgendwo Junkzell oder Barry? Warte mal. Hä? Ist das nicht Barry? Und ja, wenn ich die beiden nicht mehr sehe, dann muss ich ja hier auch irgendwie überleben. Und dann muss ich mal irgendwie gucken, was Barry hier essen kann. Ey, Barry! Hä? Er hört mich nicht. Oh, Leute, hier ist es so kalt. So kalt. Ich muss mir jetzt hier ein warmes Häuschen suchen. Und ganz ehrlich, solange ich auf die Warte mache ich jetzt ein Lagerfeuer. Ja, Leute, richtig gehört. Ich mache mir jetzt ein Lagerfeuer. Leute, da hinten war der doch. Wo ist er jetzt? Ey, Barry, ich habe dich doch gerade gesehen. Das ist so crazy. Denkt ihr, man kann das hier essen? Ich meine, es ist ja irgendwie vegetarisch, oder? Guck mal, Leute, ich habe hier schon ein Stück Holz gefunden. So, das ist schon mal perfekt. Das Gute ist, Leute, ich bin jetzt hier hinten auf dem Baum, ne? Ich bin jetzt mein neues Zuhause. Ähm, äh, ja. Ich weiß, was das Codewort für Feuer ist. Das Codewort für Feuer ist einfach... Echtetiv peng! Boah, Leute, ihr seht hier, was ich geschafft habe. Ey, Leute, bei mir wird das auf jeden Fall warm bleiben. Das ist doch der Hammer. Ich bin so schlau. Also, ich bin ehrlich, ist nicht so weit. Ich hoffe, ich finde die Kleinen gleich wieder. Ja, ich schreibe einfach mal ein bisschen rum. Lami! Tantel! Ich glaube, sie ist einfach auf Klo oder so. Leute, schreibt mal in die Kommentare, mögt ihr es eigentlich zu wandern? Also, ich mag es zu wandern, vor allem an solchen magischen Orten, Leute. Wie cool sieht das? Oh mein Gott, wie cool sieht das hier aus, hä? So, Leute, mein Feuer ist jetzt auch aus und ich habe keine Wärme mehr. Und hinter dem Baum ist es jetzt auch nicht mehr sicher, weil keiner ist hier weit und breit. Ich glaube, ich muss die Jungs jetzt suchen gehen. Leute, ich dachte, vielleicht finden sie mich wegen dem Lagerfeuer, aber ich glaube, das war keine gute Idee. So, ich gehe mal jetzt. Leute, wo seid ihr? Lami & Berry, wo seid ihr? Alter, guckt euch das mal an, Leute. Einfach so ein magischer Horrorbaum? Nein! Ey, Leute, ich habe es gefunden. Wisst ihr, was das ist? Das ist der magische Wunschstein. Und wenn du da dir was wünschst, dann passiert das garantiert. Okay. Leute, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach auf den höchsten Punkt von diesem Ort und dann werde ich bestimmt Jungsel oder Berry finden. Aber hier ist es so rutschig, Leute. Ich habe schon Kacke auf dem Schuh. Was soll das hier? Ich habe einen Zauberstab gefunden. Leute, ihr wisst, in diesem Wald zaubern die von Harry Potter hier. Ihr wisst doch, in Hogwarts sieht das so aus. Und ich glaube, einer von Hogwarts hat seinen Zauberstab fallen lassen. So, ich wünsche mir mal jetzt dann was. Also, ich habe ja auch nur eine Chance, Leute. Ich glaube, ich wünsche mir einfach ein bisschen Money, weil da kann ich mir Robux kaufen. Ich sage es euch, das sieht vielleicht entspannt aus für euch. Aber für mich, Leute, ich mache hier gerade Sport. Ich muss hier gehen und gehen und alles geht so nach oben. Leute, was ist das hier? Wo bin ich? Lieber Zauberstab, ich wünsche mir pinkes Essen. Pinkes Essen. Das funktioniert nicht. Dieser Zauberstab ist kaputt. Ist weggegangen. Mein Bauch schnurrt. Lieber Wunschstein, ich wünsche mir 100 Euro, please. Geht das klar? Jetzt müssen wir den ganz genau hierhin tun. So, Leute, das ist ja der magische Wald. Und dann stellt man diesen Stein hierhin und dann sagt man, bitte, bitte, der Wunsch geht in Erfüllung. Oh, es ist so wenig. Aber ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Ich bin gleich am höchsten Punkt der Erde. Vielleicht denkt ihr, ich tue nur so, aber ich kann wirklich nicht mehr. Aber ich bin jetzt hier ganz oben. Leute, guckt euch das mal an. Ey, Leute, ich weiß echt nicht mehr, wohin. Ich weiß echt nicht mehr, wohin ist das gruselig. Leute, lasst ein Like da, wenn es gruselig ist. Das ist einfach zu scary. Oh mein Gott, Leute, schaut mal. Ey, das sind sogar mehr als 100 Euro. Alter, ich glaube, Barry hat einfach nur viel zu nett gefragt. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin so aus Atem, Leute, ich kann nicht mehr. Jetzt hat der Barry natürlich Cash für Robux kaufen. Aber das ändert ja eigentlich auch nichts daran, dass Barry jetzt kein Essen mehr hat, kein Trinken mehr hat und Lamy und Chatzel verloren hat. Aber Cash ist da, ne? Egal, ich finde die schon, oder, Leute? Ich höre, ich höre, ich höre Barry. Naja, Lamy, Chatzel! Barry! Alter, ich habe gerade Chatzel gehört. Chatzel! Ey, Leute, ich höre die, aber ich kann sie nicht sehen, weil hier ist einfach so viel Nebel. Leute, ich renne jetzt zu Barry. Barry, ich habe dich gefunden! Ah, Leute! Lamy fliegt gleich weg! Es ist so windig! Chatzel! Barry, wo seid ihr? Ich bin so alleine, Leute. Ich bin so an den Kacken getreten. Barry, ich komme jetzt! Da ist Chatzel! Chatzel, guck mal! Ich habe mir einfach Geld gewünscht! Oh mein Gott! Ich habe mir einfach Geld gewünscht! Alter, das hat funktioniert? Das hat funktioniert! Da ist ja der magische Stein! Du hast noch einen Wunschspray heute! Ey, soll ich dir mal... Darf ich dir auch was wünschen? Ja klar, geh mal zum magischen Stein! Hä? Ich glaube, da vorne geht's noch unten. Hä? Wieso ist das da unten? Oh Mann! Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört, Leute! Hört ihr mich? Und warum sieht dieser Baum denn so komisch aus? So sieht doch kein Baum aus! Wo bin ich hier? Ey, ich habe vorhin einen Zauberstab gefunden von Harry Potter. Nein! Ja, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Ja, du musst auch daran glauben. Wenn du nicht daran glaubst, dann funktioniert das auch nicht. Okay, okay, ich wünsche mir nur eine Sache. Was denn? Lami wühlt noch. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Okay, zeig mal. Nee, Leute, ich habe keine Lust mehr. Ich suche jetzt einfach wieder den Ausgang von diesem Wald. Wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Erklär mal! Also, das ist der magische Stein. Das ist der Stein? Ja, du musst das jetzt in die Hand nehmen. Okay, und dann? Dir was wünschen, daran glauben und dahin tun. Okay, ich wünsche mir, dass Lami hier ist. So, hier hin tun. Dahin tun, dahin tun. Leute, ich gehe nach unten, aber ich rutsche hier fast die ganze Zeit aus, Mann. Das ist echt unfair. Oh mein Gott. Und? Oh mein Gott, denkst du, es funktioniert gleich? Ich höre schon seine Stimme. Ich höre ihn auch. Lami! Hä? Ich glaube, ich höre die zwei. Oh, oh, oh. Ah! Jatze, Barry! Wo seid ihr? Ich sterbe gleich. Er ist hier, er ist hier! Oh mein Gott! Lami! Ja! Ja! Oh mein Gott, Leute, der magische Stein hat mir einfach so viel Glück gebracht. Hey, endlich habe ich euch gefunden. Ihr wisst gar nicht, was bei mir abging. Was ging denn bei dir ab? Erzähl mal. Ich bin fast gestorben, Leute. Was? Ja, wirklich. Hey, Leute. Ja? Ab jetzt lässt keiner mehr die Hände los, ja? Okay, hier, hier, halte. Lami und alle bleiben zusammen. Okay. Wir müssen hier rausgehen. Leute, ich habe keine Puste mehr. Ich bin außer Atem. Oh mein Gott. Du darfst jetzt alles verabschieden. Leute, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Like da oder vielleicht zwei Likes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen. Tschüss! Tschaui! Tschaui!